Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und es war gerade sehr witzig. Wir haben wieder den David dabei, den wir in der letzten Folge auch dabei hatten. Und er schrieb... Er schrieb da gerade plötzlich in der Läubi... Ach, schon wieder die Kupfermünze. Und ich habe mich nochmal kurz für sein Opfer am Tor bedankt. Er meinte nur, das war unfreiwillig, aber... Und dann wollte ich schreiben, dadurch habe ich aber die Adapt-Challenge geschafft. Und das habe ich... Ja, ich habe nicht habe ich, sondern habe ich... Wurde jedes Mal von DVD rausgefiltert. Die haben ja jetzt in ihrem Chat so eine Filterfunktion. Ich weiß aber nicht, warum dieses habe ich jedes Mal rausgefiltert wurde. Ich habe es dreimal versucht. Ich hoffe, er hat meine Nachricht trotzdem verstanden mit der Adapt-Challenge. Aber... Ja. Haben wir den David wieder dabei. Wieso ist hier keine Palette? Da wie der? Da wie der? Da wie der? Da bin weiß ich immer noch nicht nur,... Da bin ich immer noch nicht. Da bin ich immer noch nicht. Da bin ich immer noch nicht. Das ist hier. Der ist zuf tent, wie der? Das mit dem Zombie ist echt ungünstig. Jetzt bin ich wieder in der Jagd. Felix und ich... Äh, das ist nicht Felix, das ist Leon. Gott, so viele Charaktere in diesem Spiel. Wir haben uns einfach mal wieder abgewechselt. Jetzt renne ich wieder in die Ecke, wo Zombies sind, ne? Schwierig. Wir müssen das Ruin wegbekommen. Danke! Oh shit, der hätte mich gar nicht gesehen! Ich bin so schlecht. Hey David, Kumpel! Buddy! Buddy! Uuuuup! Hey, Maurice! War schon lange nicht mehr bei Maurice Hallo sagen. Okay, wir hören nichts. Wir hören wieder was. Er jagt die Mac. Es sieht immer noch so witzig aus, wie denn, wenn es sich läuft. Leon hat sich geimpft, quasi. Er sieht bei Nemesis immer so aus, als ob er so in Zeitlupe rennt. Aber ich glaube, es ist auch schwer, das anders gut darzustellen. Weil er muss ja quasi schnell laufen. Wokst der einfach? Hier ist keine Palette! Aha! Ah! 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 Ich sag nicht, dass der Nurse's Calling dabei hat. Oder hat der Zombie mich verraten? Weiß es nicht. Sie blenden! Yes! 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 Do it, Mac! Do it! Achtung, der Zombie! Oh mein Gott, Mac! Das war knapp. David ist unterwegs. Ich glaub, das ist David, oder? Ey, das sieht ein bisschen verboten aus. Sorry, YouTube, es sollte nicht das sein, nach was es aussieht. Ja, sexuelle Inhalte und so ist schwierig, I know. Wenn wir den Jen ankriegen... Der ist richtig cool. Aber diesmal... Aber diesmal... Wer die letzte Kölfe gesehen hat... Ähm... Ich müsste mich eigentlich opfern. Sollten am Ende nur noch David und ich übrig sein. Weil er hat sich letzte Runde geopfert. Aber bis er hier hinten ist, haben wir das Tor auf. Oh, sie ist gerettet und hat Adriel. Oh, sie ist gerettet und hat Adriel. Oh, sie ist gerettet und hat Adriel. Ich weiß nicht, ob die mich sehen. Und wo kommen die denn? Okay. Oh nein! Oh nein! Okay. Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich muss Origed bet быть. Oh nein! Oh nein! Er hängt in der Nähe eines Ausgangs. Ich hab geliehene Zeit. David! Bleib stehen. Ich hoffe, David schafft's. Ich dachte, David kommt mit in unsere Richtung. Okay, David ist raus. Sehr gut. Ja! David! Wir haben's geschafft. Da bist du auch rausgekommen. Weck. Punktetechnisch auch ganz okay. Ich hab die... Nee, ich hab nicht ganz die wenigsten Punkte, aber... War okay. Barbecue. Er hatte kein Nurses Calling. Dann hat mich tatsächlich der Zombie verraten. Dort hinter dem... Hinter dem... Versteck. Cool. Also nicht cool, aber... Gut zu wissen. Guck mal, der Leon hat auch seine Adapt-Challenge gemacht. Und er hat's auch geschafft. Yay! Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gerne wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und bleibt gesund. Bye, bye! Tschüss. 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 Tschüss.